Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das war ja ein komisches Intro, das mache ich sonst immer anders. Naja, ähm, mein Name ist Sabrina, bevor ich vergesse mich vorzustellen, ihr schaut Sabrina's Books and Crafts. Auf meinem Kanal geht es um Diamond Painting, Acrylmalerei habe ich auch mal versucht, aber ich habe euch dann vergessen, beim fertigen Bild mitzunehmen, aber egal. Ähm, holt eure Whips raus und nichts Faltes denken, Whip steht für Work in Progress, also, äh, Projekt, an dem ihr gerade arbeitet. Und macht einfach mit, lasst euch von mir berieseln. Ähm, wer neu dazukommt, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, hier unten wäre zum Beispiel dieser Abonnieren-Knopf, ähm, einfach draufdrücken. Ich, wie gesagt, ich freue mich riesig über jeden Einzelnen, über jeden Neuen, der dazukommt. Ähm, und jeder, der wiedergekommen ist, hallo, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, euch gefällt es immer noch. Falls ihr Anregungen, Wünsche, ähnliches habt, unten in die Kommentare rein und ich schaue mal, was ich machen kann. Ähm, heute gibt es bei mir, ich komme mir gerade vor wie in einer Kochshow, heute bei mir, ich habe da schon was vorbereitet, aber habe ich im wahrsten Sinne schon. Ich dachte mir, passend zu Drills & Chills, äh, oder wie Katrin von, ähm, Chaos on Tour das so herrlich beschrieben hat, Bohrer und Schüttelfrost 2021, was finde ich ein total lustiger Name ist, ähm, gibt es bei mir einen I Heart Fall, was heißt, ich liebe Hermst Tag, weil ich gerade keine Ahnung habe, von was ich, von was ich, äh, reden soll. Weil bei mir ist nicht ganz so viel los im Moment. Und, ähm, ich glaube, ich letzte Woche beim Wuppenschein schon so ziemlich alles mögliche rausgehauen habe, was ich, äh, neu wusste, ob es mit, äh, der theoretischen Schwiegermutter, mit meiner Mama, mit, ähm, der Region, die Olle FH habe ich irgendwie auch noch kurz mit da drin gehabt, und so weiter und so weiter, also da hatte ich ja sozusagen so einen Rundumschlag, ähm, an Themen gehabt. Deswegen widme ich mich heute einfach mal dem Thema, Herbst, und ich habe die Fragen übersetzt, ich habe, äh, den Link zu den Originalfragen habe ich, ähm, Uh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Seite hieß, Mamas, Mamas irgendwas, ähm, egal, verlinke ich unten rein, ähm, das sind die Originalfragen auf Englisch, ich habe manche einfach rausgeworfen, weil manche waren sehr auf Thanksgiving aus, und, ja, in Deutschland Thanksgiving ist, ähm, bei uns nicht ganz so spektakulär wie bei anderen oder in anderen Ländern, deswegen habe ich mir mal die, die Freiheit genommen, das rauszuwerfen. So, und nach drei Minuten fange ich jetzt auch mal an, ich habe mir hier mein Zettelchen geschrieben, ähm, also, erste Frage, Lieblings, Herbst, Geruch oder Duft? Da war ich mir nicht sicher, was die meinen, Cent war das Wort, ähm, also Herbst, Duft, im Sinne von Parfum oder Ähnlichem, ähm, habe ich jetzt keinen besonderen, also es gibt keinen Parfum, was ich extra nur im, im, äh, auf Jahreszeiten abstimme, ich habe so meine zwei, drei Lieblingslinge, die ich mag, ähm, ich mag sehr, sehr wahnsinnig gerne, und wenn ich jetzt noch die Marke wüsste, wäre natürlich noch besser, ähm, das heißt Hypnose, Hypnose, oh, ich glaube, da war das Gucci, oh, oder sowas, also es war eine teure Marke, aber das Parfum ist gar nicht so teuer, daher, hm, ähm, ich glaube das, oder was ich auch wahnsinnig gerne mag, ist von, ähm, Tom Taylor war das, ähm, das war so eine, das gibt's leider nicht mehr, aber ich habe rausgefunden, dass ein Far-Deo genauso riecht, wie das Parfum, daher, ich glaube, so ein, so ein relativ pinkes Far-Deo riecht genauso wie das Parfum, das habe ich nämlich immer genommen, das fand ich immer super, ähm, das wäre mein Lieblingsduft, und ansonsten, wenn man das als Geruch außerhalb der Wohnung, Geruch meint, ähm, dann würde ich sagen, einfach Regen, ihr kennt ja den Geruch von Regen, also den finde ich großartig, das macht mir immer so ein richtig schönes, ähm, Gemütlichkeitsgefühl, wenn ich diesen, diesen erdigen Duft wahrnehme, deswegen bin ich auch immer die Erste, die auf dem Balkon steht, wenn's regnet, oder wenn's, äh, Regen gemeldet ist, oder, ähm, wenn es geregnet hat, das, äh, mag ich extremst gerne, ja, Frage beantworten, ähm, dann, ha, wenn wir schon beim Thema sind, wie verbringst du am liebsten, äh, einen regnerischen Tag? Ja, ähm, mh, unterschiedlich würde ich mal sagen, also ich finde einen regnerischen Tag, je nachdem, ob ich alleine bin oder nicht, wenn ich alleine bin, hab ich früher, das geht hier leider nicht, weil ich keinen, weil ich keinen schönen Platz an einem Fenster habe, ähm, an dem man sich so richtig schön gemütlich hin, äh, kuscheln kann, oder einfach schön gemütlich am Fenster sitzen kann, das hab ich, oh, das hab ich früher immer gemacht, ich war dann, äh, mit einem Buch am Fenster direkt gesessen, oder so mehr oder weniger direkt, so direkt es geht, und hab dem Regen gelauscht und habe, falls ihr dieses Klopfen, Bumpern, wie wir Franken sagen, ähm, gehört habt, ich weiß es nicht, wo es herkam, das sind Nachbarn, die anscheinend Aufmerksamkeit brauchen, nein, ich weiß es nicht, was da renoviert wird, gemacht wird, ich freu mich, ähm, also das mach ich immer ganz gerne, wenn es geregt, ja klar, wenn ich anfange zu reden, ne, man, ähm, ähm, bin ich ganz aus dem Konzept, ähm, Regen am Fenster sitzen und ein Buch lesen, die vereimen mich doch hier, oder, ähm, hier, wie gesagt, es geht nicht so wirklich, ähm, dass man sich ans Fenster setzt, beziehungsweise wir haben nur eine riesengroße Balkontür, aber davor kann ich ja schlecht eine Couch schieben, ähm, ansonsten ist da nur mein Büro, oder ich leg mich aufs Bett, das geht auch noch, aber ansonsten, also, auf jeden Fall, mit Buch am Fenster sitzen, wenn es regnet, ist super gut, oder hier hab ich das jetzt einfach, ähm, ich zieh die Vorhänge auf, und, ähm, kann, meistens bin ich beim Diamondpainten wahrscheinlich, wenn ich, äh, wenn es regnet, und ziehe ich die Fenster auf, äh, die Vorhänge, und, ähm, höre einfach dem Regen zu, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne, ähm, Herbstspaziergang ist so, so eine Sache, finde ich manchmal richtig gut, wenn man weiß, wo man halt hin kann, wo es nicht so, äh, wo es schön ist, wo es gemütlich ist, wenn man dann nur so durch den Matsch stiefelt, ist es dann nicht so meins, ja, dann, Lieblingsherbstgetränk, hm, da hab ich, glaube ich, keins, also, ich, ich, ich bin wieder ein Kaffeetrinker, ähm, oder ähnliches, also, ich trinke Kaffee gar nicht, oder, nee, gar nicht, ist falsch, ich trinke Kaffee, wenn es ungefähr einen Teelöffel in eine Tasse, und die Tasse dann mit Milch aufgeschüttet wird, dann bin ich dabei, aber ansonsten, ähm, ist Kaffee nichts für mich, daher, ich bin immer so ein Teetrinker, und ich trinke meistens nur zwei Sorten, und das ist entweder einmal dieser, ähm, Zitronentee, den finde ich super, wenn man ein bisschen was Süßeres haben möchte, ähm, ansonsten finde ich ganz toll, ähm, ähm, einfach Pfefferminztee, ein bisschen Kandels reinwerfen, auch wenn man irgendwas süßer möchte, aber ansonsten, den Tee einfach, und, ja, was übrigens auch, was jetzt nicht unbedingt zum Herbst passt, sondern zum Sommer, wenn man diesen Zitronentee, oder wenn man einfach einen selber macht, den, ähm, irgendwie süßt, und dann mit Sprudelwasser aufgießt, ist es super für den Sommer, und dann natürlich, äh, schön im Kühlschrank, ähm, aufbewahren, das ist, das ist richtig, richtig super, aber das mag ich theoretisch eigentlich immer, daher, Eistee, Zitronentee, Pfefferminztee, einfach, so eine Mischung aus allem ist super, genau, also bei mir gibt es ja keinen bestimmten Herbst, ähm, Duft, Herbst, äh, Geschmack, Herbst irgendwas, ich bin da ganz offen für, das ganze Jahr über für offen, genau, dann, nächste Frage, Football, ja oder nein? Ja, Doppeldaumen hoch, ich liebe Football, und nicht das Fußball, sondern Football, American Football, da haben wir, mein Freund und ich, wir haben das, ähm, ich weiß gar nicht, seit wann das kommt, das kommt, ähm, immer Sonntag, pro sieben, halt in der logischen, in der, logischen, in der Saison, in der Football-Saison, kommen die Spiele, ich muss zugegen, wir haben schon so ein, zwei Saisons gebraucht, bis wir irgendwann mal ansatzweise durchgeblickt haben, was diese netten, großen, riesengroßen Menschen mit Helm, eigentlich machen, ähm, das war dann wirklich super, was da erklärt wurde, und, ähm, wie das gemacht war, also das war super, und da muss ich sagen, oh Mann, da ist ein Loch drin, da verbringen wir wirklich unsere Montage immer, und gucken die Spiele vom Wochenende, weil, naja, ein Spiel dauert schon so, naja, drei bis vier Stunden, und ehrlich gesagt, wir haben den Luxus, dass wir das Ganze aufnehmen, und dann vorspulen, weil es ist sehr, sehr lang, es ist wirklich ein sehr langwieriger Prozess, so ein Football-Spiel, so, Moment, jetzt habe ich hier Problem, ähm, 7, 6, 2, merkt euch das mal, merkt euch das mal, 7, 6, 2, 3, 7, 6, 2, ich muss nämlich nachfüllen, genau, also daher, äh, Football auf jeden Fall, die gucken, das wahnsinnig gerne, ich liebe Football, ähm, einerseits ist es super, da passiert irgendwie viel, gleichzeitig passiert im Grunde nichts, und es, ich finde es einfach abgefahren, wie man einfach innerhalb von, zwei Minuten, das Spiel so umdrehen kann, ähm, wie es einfach im Fußball nicht, so üblich ist, oder eher kaum möglich, ähm, wir lieben das, und, ich bin auch immer die, die Football wirklich gerne guckt, Chris ist dann meistens, an irgendeinem Punkt sagt er dann, oh, schon wieder Football, und ich so, ja, Football, Football, nächstes Spiel, die Saints spielen, die Saints, oder, nicht die Patriots, die Patriots mag ich nicht, und mir ist irgendwo gerade ein Stein runtergefallen, ja, so, da bin ich wieder, ich musste gerade ans Telefon gehen, falls ich das klingelig rausgeschnitten habe, war mein Telefon, okay, ähm, also ich war bei der Frage, Football, ähm, ja, also, um es kurz zu fassen, ja, definitiv, oh mein Gott, da habe ich ja so viele Links von, oh Mann, so viele Fragezeichen hier vergessen, ähm, achso, und, äh, falls ihr euch wundert, ähm, manche wissen es vielleicht schon, ich mache üblicherweise, ich weiß, das gehört jetzt gar nicht zu und fragen, ähm, üblicherweise mache ich immer eine Runde an meinem Bild mit dem Single Placer, da schaue ich einfach, welche ich nicht mit dem Multiplacer draufsetzen kann, das heißt, eine Runde geht immer, ähm, mit dem Single drüber, und danach fülle ich, ähm, mit dem Multiplacer auf, aber anscheinend habe ich hier schon, ich habe komplett den Faden verloren von gestern, von vorhin, ehrlich gesagt, nicht gestern, ich, äh, versuche das heute noch fertig zu machen, weil ich habe heute nämlich ein bisschen mehr Freienzeit, denn mein Freund hat später angefangen zu arbeiten, und, ähm, da kann ich ein bisschen länger, äh, noch bleiben, also, egal, nächste Frage, Football, äh, ja, großes Ja, ich bin übrigens, äh, großer Saints-Fan, sehr schade, dass, äh, der Herr Drew Brees aufgeräumt, gehört hat, ich weiß nicht, ob das allen jemandem sagt, aber, ähm, und, wir haben schon die erste, den ersten, ähm, Saisontag geschaut, gestern, was komisch ist, weil das Video wird wahrscheinlich erst nächste Woche, oder übernächste Woche hochgehen, also, äh, ja, naja, egal, ich bin auf jeden Fall gespannt auf, ähm, tolle Duelle, dann, weiter geht's, ähm, was ist dein Lieblingsteil deiner Klamotten diesen Herbst? Okay, das habe ich sehr ungünstig übersetzt, ähm, mh, sowas habe ich, glaube ich, gar nicht, nie, also, ich, ich bin da nicht so, der, große Mode-Typ, ähm, ich gebe auch zu, ich bin eher so der etwas praktischere Typ, von Klamotten, ähm, ansonsten, ähm, ich weiß nicht, welche Farben aktuell, der große Trend sind, ist mir, ehrlich gesagt, auch meistens relativ wurschaub, sowas sieht gut aus, es passt, es ist, ähm, nicht irgendwas, dass ich super aufpassen muss, ähm, dass ich nichts dran bekomme, drauf bekomme, wie auch immer, das finde ich nämlich am allerschlimmsten, wenn ich irgendwas anhabe, und, dann, äh, bewege ich mich im Grunde wie in einem rohen Ei, nicht nur auf rohen Eiern, sondern, dann, dass ich bloß nicht irgendwo hängen bleibe, oder, sonst irgendwas ist, ähm, im Herbst, ich mag am liebsten eigentlich dann meine, meine Stiefel, ich finde die so super, ähm, da habe ich irgendwie so diesen, diesen, ich bin cool, dieses, dieses Gefühl, was wahrscheinlich gar nicht stimmt, aber, es macht, gibt mir dieses Gefühl, daher finde ich super, und, ja, also wie gesagt, ansonsten, äh, Stiefel finde ich super gut, und an Klamotten, ja, ich kleide mich jetzt nicht jedes Jahr neu Eiern, daher, oh, ich habe einen ganz tollen Pulli, den gab es, glaube ich ehrlich gesagt, mal bei irgendeinem Discounter, das war ein Zufallsfund, ähm, der so schön, ähm, beige, weiß, also fast so ein, so ein Weiß, so ein Eierschalenweiß, mit schwarz, braun, marmoriert, der ist super, den finde ich richtig toll, also den würde ich vielleicht im Herbst dann anziehen, ja, also ich bin dann bei dem Pulli, okay, dann, äh, nächste Frage, gespenstisches, gruseliges Haus, Kutschenfahrt oder Maisfeld, glaube ich, also sowas gibt es ja, glaube ich, eher so in den, englischsprachigen Räumen, der Welt, ähm, diese Haunted House, ähm, ich bin mir da nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe ja auch seit neuestem, ich gucke, oder seit einem Jahr ungefähr, schaue ich immer Ghost Hunter, ähm, diese 72 Stunden im, im, wie heißt das, 72 Stunden im Geisterhaus, mit, äh, Katrina White Man, oder, wenn man sie so ausspricht, weiß es gar nicht, ähm, ich weiß nicht, also, ich würde sowas, glaube ich, ganz gerne machen, also Kutschfahrt nicht, weil Geister, also, ähm, wie heißt denn das, äh, Geisterbahn fand ich schon immer gruselig, wenn dann irgendjemand aus der Ecke springt, und sonstiges, sowas ist nicht so meins, ähm, die Haunted Houses, wenn, äh, also wenn alles so gestellt ist, dann mag ich es nicht, weil Geisterbahn finde ich, ja, mein Gott, das ist das Negative in diesen Tick-Tack-Dingern, ähm, das finde ich ein bisschen, also sowas mag ich nicht, das ist so, prinzipiell finde ich das nicht so toll, ähm, aber, ich bin, ich, 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 denke, Paranormales gibt es, je nachdem, in welcher Art und Weise, das wird es auf jeden Fall geben, glaube ich, oder bin ich eigentlich überzeugt, 3072, ähm, und, also so ein, so ein gespenstisches Haus, würde ich wahnsinnig gerne mal besuchen, wenn es da so eine paranormale Aktivität gibt, blöde ist nur, ich habe so eine, so eine leichte, paranormale Ader, da habe ich ein bisschen Angst, dass sich da dann irgendwas an mich dran heftet, und sagt, super, bei der bleibe ich, ähm, ja, also, daher, so ein, ich weiß nicht, also ja, aber mit großem, aber danach bitte die typische Reinigung, und, ähm, dass da auch nichts an mir dran klebt, und ich irgendwas mit nach Hause nehme, was nicht, bei mir zu Hause sein soll, ähm, dann ja, dann würde ich sowas machen, also, wie gesagt, äh, solange nichts irgendwie so gestellt, geskriptet, sondern, ähm, also, wenn die hier um die Ecke biegen, dann hüpfst du raus, rennst mit der Kettensäge los, sowas mag ich nicht, das finde ich eher ein bisschen, ja, das, das ist nicht so meins, also alles, was echt ist, da bin ich dabei, bin auch super ängstlich, wie sonst irgendwas, aber, ähm, das war, na, geh da rein, aber sowas, ja, ja, ich würde mich trauen, wirklich, wenn, sag mal so, wenn Profis dabei wären, die wissen, wie man manches in Schacht hält, dann, dann würde ich mitmachen, so ganz alleine, wie gesagt, da habe ich ein bisschen Bedenken, nicht, dass ich da irgendwas hervorrufe, was, äh, nicht sein muss, daher vermeide ich das, oder würde ich sowas nicht machen, auch mit diesem, oh, ich weiß nicht, wie man dieses Brett ausspricht, dieses Ouija, Ouija-Brett, das mit den vielen Buchstaben drauf, und sowas, ähm, das sollte man auch nicht zum Spielen verwenden, also, ich glaube, da kann man schon, ein bisschen, ähm, Sachen hervorrufen, die vielleicht nicht sein sollten, glaube ich, oder beziehungsweise, ich halte es für möglich, ich halte es definitiv für möglich, und irgendwas wird es da schon, daher, da, das traue ich, das würde ich mich ehrlich gesagt, nicht trauen, das selbst zu machen, ohne, dass jemand dabei ist, der wirklich Ahnung davon hat, auch wie man, Negatives abblocken kann, und so weiter, ja, okay, ich denke, das war ausführlich, dann, unheimlichster Film, den du je gesehen hast, okay, also, das passt jetzt ehrlich gesagt, überhaupt nicht zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ich mag keine gruseligen Filme, ich finde die ganz furchtbar, ich glaube, puh, ähm, ich habe, also, ich weiß es nicht, ich glaube, den, den, den an sich gruseligsten Film, oder generell, ich habe Scary Movie gesehen, ach nee, Scary Movie, Toll, Scream habe ich gesehen, ähm, fand ich so, semi, also eher nicht so gruselig, ansonsten, ich habe The Village im Kino gesehen, ähm, fand ich einen Horrorfilm, also Horror, ich habe mich so gegruselt, ich habe mich so erschrocken, ähm, aber ich muss auch sagen, ich war, also im Kino, daher, ich weiß es nicht, wie alt ich war, ich weiß auch nicht, ab wann der Film ist, ehrlich gesagt, also, ich war im Kino, und falls ihr dieses komische Geräusch hört, ist es meine Waschmaschine, die meine Wäsche fröhlich schleudert, ähm, ja, also, den fand ich schon sehr gruselig, mein Freund hat den letztens, irgendwann kam der mal im Fernsehen, hat ihn angeguckt, und meinte, na, hallo, und meinte, was ist denn da gruselig, das ist ja voll langweilig, voll ein blöder Film, aber ich meinte, ey, ich habe da einen Tag nicht schlafen können, ich habe gedacht, ich, ich, ich gehe kaputt, das geht ja überhaupt gar nicht, also, den fand ich sehr gruselig, weil ich weiß, dass das immer so diese Erschreckmomente waren, wenn plötzlich irgendwas, von links nach rechts, von rechts nach links, durchs Bild springt, womit du einfach nicht rechnest, sowas, oh, so was ist nicht so meins, also, The Village würde ich mich jetzt mal festlegen, oh, oh ne, ich fand auch, ich fand auch The Ring, den habe ich aber auch mit 17 geguckt, ich glaube, da war das Gruseligste, weil ich glaube, da klingelt ja irgendwann ein, ähm, ein Telefon im Film, und bei mir hat im selben Moment das Telefon geklingelt, also, da habe ich ja auch wirklich gedacht, ich, äh, ich, ich, ich pack's nicht mehr, also, das war wirklich richtig zufällig, ich hatte den Film angeguckt, ich habe den von jemandem aus meiner Schule bekommen, ausgeliehen, und, ähm, ich habe den angeguckt, und dann hat irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das war relativ am Anfang, hat das Telefon im Film geklingelt, und nach einem Klingeln hat meines dann angefangen zu klingeln, oh, das war aber fies, weil ich gucke ja, ich habe ja Filme früher immer logischerweise alleine geguckt, und, oh, da war ich aber, da war ich aber nicht sehr erfreut, das war so ein, Huch, Huch, das war jetzt aber gruselig, also, das war nicht so cool, aber gut, das kann ja der Mensch am anderen Ende nicht wissen, okay, dann, ähm, Lieblingssüßigkeit an Halloween, oder von Halloween, ähm, habe ich keine, habe ich keine, also, generell, ich meine, seitdem man erwachsen ist, kann man eh Süßigkeiten, ähm, essen, kaufen, ähm, irgendwo haben, wie man lustig ist, ähm, meine Lieblingssüßigkeit, also, ich glaube, hier gibt es auch gar nicht so typische Halloween-Teile, die man nur an Halloween oder in dem Bereich bekommt, des Jahres, ähm, aber ansonsten, ich bin immer groß bei, bei irgendwelchen Schokoriegeln mit dabei, die, die finde ich schon ganz gut, also, also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist, ähm, also, wer es nicht kennt, losgehen, wenn man keine Nussallergie hat, also, schon mal hinten nachgeschoben, keine Nussallergie, das ist, äh, ganz schlimm, das ist Nutz, klingt auch schon nach Nüssen, ähm, das ist der beste, 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 beste Schokoriegel, den es überhaupt gibt, und das ist keine Schleichwerbung, eben meine persönliche Meinung, oder wie man es auch heutzutage alles deklarieren muss, ähm, also Nutz finde ich ganz, ganz groß, die finde ich super, ähm, ansonsten, komischerweise, das sind ja auch Nüsse drin, logischerweise, wie der Name auch schon sagt, aber, im Gegensatz zu diesen, äh, darf ich es sagen, darf ich den Namen sagen, aber zu diesen, ähm, nennen wir es mal Schnickers, ähm, die finde ich nicht so dolle, also, die sind okay, aber, muss nicht sein, oh, entschuldigt, ich brauche jetzt kurz eine Pause, so, äh, kleine Unterbrechung, äh, meine Waschmaschine kriegt, und, äh, irgendwie muss ich mich gerade mal kurz kümmern, ähm, gut, also, wir waren bei den beiden Lieblingssüßigkeiten zu Halloween, also daher, ähm, habe ich ja schon gesagt, habe ich, habe ich eigentlich schon beantwortet, bevor ich mich jetzt noch weiter im Kreis drehe, ähm, machen wir mal weiter, huch, bevor das hier so ein, 10 Teile Video werden muss, ähm, ja, weil ich irgendwie nicht fertig werde, ähm, so, also, was, äh, gab es noch, dann die nächste Frage, als was verkleidest du dich dieses Jahr, äh, nix, also, ich habe es, sag mal so, ich habe es nicht mit Halloween, ähm, vielleicht ist es auch einfach, ich bin, ähm, 30 und ein bisschen, was, mehr, und, ähm, ich kenne von früher kein Halloween, also, sag mal so, ich kenne Fasching, da wo ich herkomme, sagt man Fasching, oder Fasernacht, Karneval, wie man es auch nennt, ähm, ich kenne Halloween prinzipiell einfach gar nicht, sondern es war halt dieses typische aus dem, aus den Ami-Filmen, ähm, äh, da findet man natürlich immer alles toll, weil alles, was die Amis machen, ist ja super, teilweise, teilweise gut, teilweise, hm, nicht so gut, aber, okay, für jeden das eine, daher bei uns gab es das halt nicht, und ich bin, ehrlich gesagt, immer noch so auf diesem Trip, ähm, es ist jetzt nicht unbedingt ein europäischer, deutscher, ähm, Feiertag, ähm, daher bin ich jetzt nicht so für Halloween zu haben, ich muss es nicht haben, also bei uns, wenn ich mich dran erinnere, bei uns Kindergarten oder Schule, da war nichts, ähm, dass man das machen müsste, ähm, ich bin jetzt kein Befürworter, ich bin jetzt aber auch nicht direkt ein Gegner, also, jeder wie er mag, ähm, daher, ich verkleide mich nicht, ich mache, äh, Fasching mache ich auch, ehrlich gesagt, nicht mehr, also das, weil er so ein gezwungenes, was man halt als Kind machen muss, ich fand's in der Schule teilweise auch schon blöd, ähm, oder halt einfach, es ist nicht meins, es ist ja jedem das Seine, ähm, wer Fasching mag, super, tobt euch aus, aber, ich brauche es nicht, aber wie gesagt, jeder, jedem, wie er, wie er lustig ist, und so, ich bin da halt nicht so, ähm, und, daher, ich verkleide mich nicht, ich glaube, das letzte war ich irgendwas, äh, ja, ich glaube, das ist eines der letzten, äh, Sachen, als die ich verkleide, oder Menschen, Personen, Dinge, als die ich verkleidet war, war einmal eine, Piratenbraut, ich weiß gar nicht, ob das alles politisch korrekt ist, daher verbessert mich einfach, falls es nicht ist, dann bin ich noch nicht auf, äh, bin ich noch nicht aktuell informiert, ja, sowas, und danach fand ich's auch schon nicht mehr so dolle, aber gut, ähm, ja, also daher kurze, lange Rede, kurzer Sinn, nein, ich verkleide mich als gar nichts, und, ähm, feier kein Halloween, und wir verteilen auch keine Süßigkeiten, weil ich finde, also, klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass andere Länder unseren Fasching übernehmen, im, wann ist der denn, Februar, weil, man sich da verkleiden darf, drei Tage lang, vier, fünf, ich weiß es gar nicht, daher, ähm, ich mach, ich mach das nicht mit, nee, ich mach's halt nicht mit, und, ich bin da auch nicht so, dass man hier diesen Trick or Treat Ding machen muss, beziehungsweise, ich find's okay, wenn es einer machen möchte, jetzt, jetzt ufer ich aber ein bisschen aus hier, ähm, aber ich muss, ich find's zum Beispiel blöd, letztes Jahr, da waren unsere, war unser, oder nicht bei uns, nicht bei uns, aber bei Nachbarn, oder bei irgendwo im Haus, waren dann die Türen beschmiert, weil die halt nicht aufgemacht haben, für Trick or Treat, und da hab ich mir gedacht, also Leute, irgendwo geht's auch mal zu weit, weil es die, weil es, weil es Menschen aus Amerika machen, ähm, müssen wir das nicht übernehmen, Punkt eins, und zweitens, muss man nicht irgendwelche Sachen von jemand anderem beschmieren, so wie in Amiland, wie ich so schön sag, wie, so wie in Amerika, dass ich, äh, dass ich eben, ähm, dass man dann Eier wirft, oder sonstigen Kram macht, nee, 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 also das find ich, das find ich nicht okay, gut, ähm, ja, das hab ich jetzt ausgiebig beantwortet, glaub ich, dass ich kein Halloween-Typ bin, okay, äh, dann Lieblingsherbstrezept, im, Lieblingsherbstrezept, Rezept, ähm, ich geh mal davon aus, dass man was zu essen meint, ähm, ich denke, mein Lieblingsherbstrezept ist, äh, Zwiebelkuchen, ich weiß nicht, kennt ihr das, das kann man auch super gut, also ich mein, das macht meine Oma immer, und meine Mama, und, ähm, seitdem ich ausgezogen bin, hab ich das Rezept auch bekommen, das tolle Familiengeheimnisrezept, ähm, ja, nee, also, Zwiebelkuchen, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist im Grunde, ähm, obwohl ich gar nicht so der typische Zwiebeltyp bin, aber in letzter Zeit, also, ich glaub, je älter man wird, desto mehr mag man Sachen, die man früher nicht mochte, ähm, das ist einfach ein Hefeteig, den kauft man selber, äh, kauft man, also ich kauf den, ich mach ihn nicht selber, meine Oma macht den selber, ähm, Hefeteig, und dann macht man einfach ganz, 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 ganz viele Zwiebeln, ich glaub, auf ein Blech kommt, glaub ich, knapp ein Kilo Zwiebeln, mit, theoretisch, wer's mag, oder wer kein Vegetarier, Veganer, oder ähnliches ist, äh, kommt Speck rein, das dünstet man an, also so richtig schön anbrutzeln, bis die Zwiebeln braun sind, und ein bisschen süßlich werden, dann kommt rein, ähm, oder bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, Sahne oder, oder Creme Fraiche, also ich glaub, ich hab Creme Fraiche genommen, weil das dann nicht so, flüssig wird, und mir den Ofen einsaut, dann kommt Creme Fraiche dazu, das, das schüttet man rein, wenn die Zwiebeln erkaltet sind, so, genau, und dann lässt man das Ganze einfach, ähm, abkühlen, äh, packt das dann, so wie's ist, diese Masse, diese Zwiebeln mit Speck, oder auch ohne, ähm, und Sahne, Schmand, äh, Creme Fraiche, was auch immer man möchte, Masse, packt man dann, ähm, auf den Hefeteig, und schiebt's in den Ofen, und wenn der Teig fertig ist, super lecker, ja, ja, also das mach ich gerne, und das gibt's so typischerweise immer nur im Herbst, obwohl das gar nicht so ein Herbst, ist im Grunde ne, ist im Grunde einfach nur Teig mit ganz vielen Zwiebeln drauf, also sehr, sehr lecker, kann man empfehlen für jeden, der Zwiebeln sehr gerne mag, ähm, genau, also sehr lecker, kann ich empfehlen, dann, was ist das, was du am Herbst am besten findest, ich glaube, das ist so diese ganze Atmosphäre, und das ist, also, ich, ich find Herbst mit Sommer und Altweibersommer, find ich ganz furchtbar, wirklich, für mich ist Herbst, man hat einen Pulli an, man, ähm, freut sich auf Weihnachten, und, also für mich ist Herbst so richtig, diese, diese, dieses leicht melancholische, ähm, die, ich find die, ich find toll, wenn sich die Bäume verfärben, also bei mir ist vieles, von der Stimmung einfach, die draußen ist, ist bei Weihnachten genauso, es geht um die Stimmung, die ich hab, ich bin jetzt nicht so der, der, also in den letzten Jahren, seitdem, was hier so alles vorgefallen ist, hab ich, Schwierigkeiten, mich in Weihnachtslaune zu bringen, weil es einfach so, wunderschön ist, und mir fällt es im Moment sehr schwer, ähm, meinen Kopf so leicht zu bekommen, dass ich diese, Weihnachts- und Herbststimmung, auch richtig genießen kann, aber mir ist es meistens so, dass es einfach über, ähm, über, die, ähm, verpackten Bäume, und so weiter, so, und, ich muss mich jetzt ein bisschen, sputen, ähm, Leute, macht's gut, Tech ist auch vorbei, Gott sei Dank, letzte Frage, red mir hier den Mund fusselig, ähm, bis zum nächsten Mal, viel Spaß, tschüss! Musik 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 Musik